Hallo Leute, wieder eine neue Runde Hang-On-Dames auf der Arena 10 auf dem Server von Zombie. Ihr habt ihr lange genug gewartet. Jetzt ist es wieder Zeit für eine neue Runde. Ich spiele hier mit 8 Leuten. Wieder mal ohne Textab-Hack. Milabela. Dominix. Sunny. Mondrakabak. Egal. Ja, machen wir mal das Beste draus. Ich kenne die Karte noch nicht. So. Geht auch schon los gleich. Ich denke mal, wie schnappen wir uns die Küste hier. Je nachdem, was wir bekommen. Ja, okay. Gehen wir hier lang. Hier ist nichts. Dann wäre es fast als wieder ein Bug. Äh, so. Äh, jetzt sind wir die ganzen Küste und ich kann mich dran. Gut, das Wasser regt mich ein bisschen auf, aber weiß auch nicht, woran das liegen könnte. Ich habe keine Ahnung. Ja, so geht's auch. Nein, ich war's. Ja, hier kommt ein neues Video von mir. Den Minecraft Hunger Games. Wir spielen auf der Arena 12 die Star Wars Maps. Und da ich mal nenne ich sie Kriegs-Map oder wie auch immer hier. Keine Ahnung, dass ich wer hier kämpft. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Map, muss man schon sagen. Ist eine coole Map. Cool gemacht, cool gebaut. Und wir spielen die ganze mal jetzt. Ja, ähm. Ja, wir spielen heute mal wieder alleine. Und keine Ahnung, was geht da schon los? Guck mal, der hat ein Erzgin. Höö. So, Borussia los auf Team. Borussia, achso. Ja, der war ja auch schlau. So, ich würde mal sagen, der kann alleine nach oben gehen. Wir rennen erstmal hier irgendwie nach oben, keine Ahnung. So. Ja, toll. Hallo Leute, Cosimo wieder für euch mit einer neuen Runde Hunger Games. Ja, lang habt ihr gewartet. Jetzt ist es wieder so weit. Wir spielen auch so ein Server von Zombie. Und, äh, ja. Es lädt sich grad irgendwie nicht so schnell auf, aber. Egal. Ich kenn die Karte noch gar nicht, muss ich mal ehrlich sagen. Also weiß ich nicht, wo ich lang muss. Sieht erstmal so aus wie Krieg. Wir können auch noch. Wie auf dem Planeten. Und ich weiß nicht, ob man hier runter kann. Sieht aber nicht so aus. Wahrscheinlich kann man hier irgendwie. Ja, Power Ranger. Wahrscheinlich muss man hier irgendwie irgendwo lang. Ja. Wer ist denn hier mit mir? Kitty. Kenne ich nicht. Ah, es geht los. Pixel Piccolini. naja so starten wir mal ja wie gesagt ich bin mit hexa pack wenn ich wie gesagt aber wahrscheinlich habt ihr schon gesehen spiele mit texta pack und die kann man wahrscheinlich auch nicht lang ja wo muss ich lang ich weiß hier wo ich lang muss so löcheln nach oben nein 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 hier sind diamanten oh mein gott